Hallo ihr Lieben, wir haben uns gedacht, wir schreiben mal einen eigenen Song und der da heißt Let's Move. Ich war mir nicht ganz sicher, bei mir dauert es ein bisschen, bis ich dann so einen Text zusammen habe und dann hat der Ralf gesagt, unser Keyboarder, ich schreibe einen. Dachte ich, na gut, warte ich mal, bis was kommt. Am nächsten Tag kommt der Text. So, und jetzt ist der Text da. Jetzt brauchen wir noch eine Melodie und ein paar schöne Changes und das probieren wir jetzt direkt aus. Und so on, das war so die gestrofen Idee, dann haben wir einen Prechorus. Hat der Ralf noch eine Idee für eine Bridge gehabt, die hat er mir ja vorgesungen. Ich hoffe, ich kriege die noch einigermaßen zusammen. Ja, Earth Wind & Fire lässt grüßen, sag ich nur. Aber wenn wir dann in den Refrain wollen. Der Ralf meint, ich soll nicht ins D, sondern ins C. So, ich muss ein bisschen an den Refrain haben. So, ich habe jetzt mal die Melodie und die Changes ein bisschen zusammengefasst, noch ein Schlagzeug, Bass und ein paar Keyboards dazu programmiert und eingespielt. Und das Ganze klingt bisher so. So, dann kommen wir in den zweiten Teil, Strophe. Jetzt gehen wir mal gleich in die Bridge. Jetzt würde ich den auch abwechselnd mit Kulinder machen. Diese Zweistimmigkeit geht ins Refrain. So, das ist der Plan. Ich habe auch schon mal die Bridge, die der Ralf heute nochmal so aufgenommen. Nee, die zeige ich euch lieber nicht. Die habe ich ganz furchtbar gesungen. Und jetzt bin ich mal gespannt auf Kulindas Melodie-Idee. Hallo Dominik. Guten Morgen. Ihr hattet mich ja um eine Chorus-Idee gebeten, eine Alternative für Let's Move. Mir ist tatsächlich heute Morgen was eingefallen. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach ein scheiß Video und dann singe ich dir das jetzt einfach mal schnell vor. So, die liebe Kulinder hat mir was geschickt. Hören wir mal ganz kurz rein in ihre Melodie-Idee. Let's move. Let's play. Work on the dance until the day. Ah. Okay. Let's move. Work on the play until the morning. Geil. Oh man. Wieso habe ich nicht die Idee gehabt? Geile Melodie-Idee für den Refrain. Let's move. Let's play. Be gone. I dance until the day is done. Hat also auch den Text ein kleines bisschen geschoben. Let's move. Let's play. We're gonna da 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 da. Da 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 da. Ja. Dann packen wir das doch mal in mein Logic File mit rein. Dann singe ich das mal geschwind ein und spiele es euch nochmal vor. Ein paar Sekunden später. So würde dann Kulindas Version klingen am Bridge. Jetzt habe ich nochmal versucht, Kulindas Idee zu adaptieren. Klingt halt so. Geil. Gefällt mir sehr gut. Die schöne hohe Stimme, die ist dann von mir. Aber wie gesagt, wir wissen ja, wir haben ja Kulindas mit an Bord. Deswegen habe ich da keine Sorge. Und der zweite Refrain wäre dann ähnlich. Wir haben uns überlegt, in dem letzten Refrain, da lassen wir dann, oder würde ich vorschlagen, den Refrain so zu belassen, wie er ursprünglich war. Da haben wir noch eine Variation drin. Und ansonsten würde ich Kulindas Idee eigentlich zu übernehmen, vielleicht bis auf die letzten Lockdowns. Und ja, dann schicken wir das mal der Band zu und schauen, was daraus wird. So, hi zusammen auf unseren Magic Carpets. Wir wagen uns heute zum ersten Mal einen eigenen Song. Der liebe Ralf hat einen eigenen Text aus der Hüfte geschossen. So einfach mal so. Glücklicherweise gibt es ja unsere liebe Kulinda, die zu allem eine geile Melodie findet. Naja, so ab und zu. Let's check it out. Ab und zu kommt was rum. Eigentlich wollte ich da im letzten Refrain ein bisschen was anders machen. Ich wollte eigentlich diesen anderen, soll ich mal den dagegen singen? Ja, sing den mal. Wir machen mal den dritten. Let's move, let's play, we're gonna dance until the day, we're gonna dance till the morning light. Let's move, let's play, tonight our feet can be locked down, locked down, lockdown. Sollen wir das denn zweistimmig machen da am Ende noch? Ist das zu verwirrend, wenn wir da mit zwei Melodien zusammenführen wollen? Frage, das ist mutig, ne? Also ich finde, dieses let's play, finde ich, kann man schon nochmal mitnehmen. Vielleicht ändern wir den Chorus einfach in let's move, let's play. Das würde ich auch machen. Let's move, let's play, we're gonna dance till the morning light. Ja gut, dann machen wir es, oder? Ja gut, dann probieren wir es. Ja, ganz kurz für die Chords. Also nur das zweite Mal ist quasi G und C und sonst ist es immer H und B flat. Da ist es nur dann C. Ja, ja. Dann A. B flat über A. Wieder C. B flat über C. Und jetzt F major sieben. Und dann du A über B flat. Genau. 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020